hallo hier ist wieder euer kiwi und ja wir spielen heute mal ein etwas anderes spiel als nur minecraft 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 nämlich heute spielen wir irgendein spiel mit motor cycles der ist aber den namen davon kann ich mir nicht merken und deshalb es geht eigentlich nur darum hier durch die gegend zu fahren und ein bisschen spaß zu haben dabei ja gut also ich meine das ist natürlich eine wunderbare geschichte ich hatte dieses spiel schon mal gespielt aber in einer etwas anderen variante nämlich muss man hier nach einer zeit den motor nach tanken das dauert nicht lange aber es ist die möglichkeit dass man sich zwei tanks zwei tankladungen holen kann dafür muss ich aber ein video angucken einfaches nachtanken dauert ein paar sekunden aber dann bekommt man halt nur nicht mal ein paar sekunden eigentlich nur sekunden wenn ich jetzt auf dem dach feststecken dann bin ich nicht vielleicht können wir jetzt mal hier über fahren bisschen da muss man aber ganz ruhig sein und dann darf man da nicht runterfallen wie ich es immer tue jetzt wirklich nicht so der beste und zwar gehe ich ja auch in die schule ja ich gehe in die schule und solche sachen wie andere menschen auch machen tut ihr sicherlich auch wenn er das gerade guckt oder eben nicht ich weiß ja nicht also ich habe ich glaube ich 13 abonnenten und von ungefähr der hälfte davon weiß ich nicht wer diese leute sind guckt und jetzt haben wir gleich keinen tank mehr easy aber dann laden einfach nach und dann können wir einfach sofort weiterfahren aber diese scheiß werbung kommt ja immer weg dankeschön ja ich mache youtube auch noch gar nicht so lange muss ich sagen eigentlich erst recht kurz und habe ich vielleicht schon mal erzählt wenn wir auch youtube macht dann dürft ihr auf gar keinen fall denken oh ich muss noch ein video heute aufnehmen ich habe ich habe gestern eins gemacht da muss ich heute auch als wache ja das kann man natürlich tun aber nicht wenn man da keine lust zu hat wenn die keine lust haben ein video aufzunehmen dann nehmt ihr keine videos auf fertig und wenn die leute die euch abonniert haben euch wirklich mögen dann akzeptieren die das punkt natürlich gibt es natürlich die kommentare in die kommentare rein schreiben sie was sie ja du hast heute gar kein video gemacht ich habe ich habe die abonniert aber ich bin sehr enttäuscht weil heute kein video hochgeladen hast oder fragt man sich doch was hat man davon da hat derjenige nichts davon dass du den kommentar schreibt und ich auch nicht weil meine eltern gerade nach raus und kommen die waren gerade weg ja easy going easy life und dann fahren wir hier und bisschen denken ich würde vielleicht mal gerne noch mal da hochfahren das funktioniert machen wir wieder dann kann man kann dort nicht ordentlich hochfahren das ist nun mal nicht möglich so ich denke mal das und ja wir fahren noch mal kurz auf die brücke drauf und dann mache ich ein ende für das video heute ach ja dieses spiel kann man eigentlich gut dafür nutzen um so allgemeine dinge zu besprechen ihr müsst wissen ursprünglich hatte ich heute ein teleporting video geplant habe mich aber dann doch umentschieden weil teleporting ist eine ganz andere geschichte und zwar konnte ich in der teleporting welt sehr lange zeit meine welt nicht öffnen und ja ich hatte vor ein teleporting video zu machen und wenn ihr jetzt fragt hm aber von teleporting kam doch erst ein einziges video ne das ist mir klar aber jetzt komme ich in die welt rein und dann dachte ich mir nö ich habe mir jetzt dieses spiel mal runtergeladen und dann dachte ich mir ich mache ich mache ich mache dieses video auch eigentlich im prinzip nur um zu zeigen wie das spiel eben so ist im prinzip handelt es sich dabei um fleich werbung wenn man ganz ehrlich ist ist das alles bloß fleich werbung da musst du noch kurz gerade pause machen ich muss es gleich beenden das hat wunderbare persönliche gründe aber egal das hindert mich nicht daran dieses video noch fertig zu machen aber ähm ouch und warum fährt er nur noch auf dem hinterreifen das macht doch gar keinen sinn ok ich fahre jetzt noch bis der tank das nächste mal erst und wenn der tank jetzt in einer sekunde schon wieder leer wird dann werde ich glaube ich ein bisschen böse ich bin noch nie so gefahren die können glaube ich sogar die steuerung auch wechseln was ist denn das warte mal welchen fahrer nehmen wir ne diese steuerung ist dumm warte mal wenn man einfach dann auf neustart drückt wenn man dann auf neustart drückt dann muss man das nicht neu tanken da muss man nicht neu tanken ja ja es funktioniert das erste mal in meinem leben habe ich das gefühl es funktioniert etwas ganz richtig so wie ich es will ich finde einfach das spiel macht ultra viel spaß manchmal also es ist ein spiel was man zwischendurch spielen kann kann man zwischendurch mal spielen dann fährt man ab und zu so seine kleinen rennen und ja wir sind halt der wunderbare muskulöse typ hier der einfach alles kann aber wir kommen hier irgendwie nicht so gut drauf wird so schwer nie oder warte mal jetzt sind wir jetzt hier warte mal wieder mal noch mal starten das ist ja was wir gerade machen können genau muss man sagen fahren wir noch gar nichts machen irgendwie hat sich das spiel gerade nicht können doch jetzt kann ich wieder was machen wir fahren noch mal kurz hier hoch meine freunde easy going ok scheiße ja ok fahren wir noch ein bisschen durch die stadt ich mache vielleicht noch ein video in dem ich noch mal die anderen teile so ein bisschen zeige weil wir waren heute hier nur in dieser arabischen landschaft mit rampen es gibt doch eine arabische landschaft ohne rampen aber ich finde die mit rampen immer am besten und dann sage ich am besten schon mal tschau und bis zum nächsten mal warum fährt er wieder auf dem hinterrad tschau und bis dann meine guten alten fischigen karattigen super heftigen aua ähm ja äh ich hab nicht viel zeit ich hab Zeit ich hab Zeit ich hab Zeit Freunde mit ich hab Zeit Bombe